Aus der Kreuzung Lengenfelder Straße-Kainsdorfer Straße am Hammerwald soll ab März ein Kreisverkehr gemacht werden. Dafür hat der Finanzausschuss gestern Nachmittag grünes Licht gegeben. Die Baukosten belaufen sich auf rund 850.000 Euro, davon steuert der Freistaat eine halbe Million Euro Anförderung bei. Die Kreuzung ist aufgrund ihrer verschobenen Geometrie sehr unübersichtlich und daher ein Unfallschwerpunkt. Der geplante Kreisverkehr soll auch zwei sogenannte Bypasse erhalten, mit denen der Verkehr noch flüssiger werden soll.